Ich öffne mein Handy und schließe mein Handy in 3-2-1-Piep. Das Ganze mache ich nochmal. Ich öffne mein Handy und schließe mein Handy in 3-2-1-Piep. Und das finde ich richtig schön. Heute mal ein bisschen anders. Weißt du, man braucht ein bisschen Abwechslung rein. Das ist absolut richtig. Eigene Fahrzeuge aus. Okay, bitte so weit, Fab. Warte. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja, trink mal einen Schluck. Das ist wichtig. Skull of Death. Okay, jetzt bin ich ready. Ich kann einfach mal atmen. Ja, atmen. Okay, perfekt. Guten Tag, liebe Freunde. Und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Gea. Ich rede richtig schnell, denn ich kann das. Hallo, Fab. Hi, Max. Wir sehen heute die fast unendliche Spirale von Jack0603. Ihm fällt dazu nicht viel ein. Nutzt die richtige Linie und ihr werdet am Ende des Renn die Champagnerdusche genießen. Leute, darauf bin ich ja wohl sowas von heiß. Die richtige Linie. Die Champagnerdusche in mein Face, Alter. Heißt das, es gibt Farben und man muss, es ist Zufall? Farben? Was für Farben? Ja, es gibt ja manchmal so Strecken, muss man die gelbe oder die rote Farbe, also die rote Linie oder die gelbe Linie. Also, das weiß ich nicht. Nicht, dass das dann nachher so... Ich glaube, er weiß nicht, welches die richtig ist. Ich glaube, er meinte eher, dass man in der Spirale die richtige Linie fahren muss, weißt du? Dass man da richtig hochkommt. Ach so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme den X80. Ja, macht irgendwie Sinn. Dann nehme ich da mal das Rennengelb, weil ich mich da meistens... Aber weil die Typ ist auch gelb. Ich nehme mal Orange. 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 Und ich wette mal 500 Dollar auf mich selber. Bin bereit zum Spiel. Ich mach kurz noch ein Foto. Da bin ich. Das ist Max, der macht ein Foto. Hessen HD. Style Tech. Der Eliminator. Hier hat man ein Luftgitarre. Lely, Leon. Cryptical Mind. Nimm mal die Luftgitarre. Ich hab den falschen Anzug. Schnell. Zylo. Zylox. Locki. Ich hab 100er gesetzt. Mehr hab ich nicht. Zack. Zack. Nice move, Alter. Zack. Unendliche Spirale. Da fehlt noch ein Dieder vor, aber ist egal. Bin echt gespannt, ey. Okay, das sieht ja schon mal weird aus. Das soll auch nachts sein. Ich hab alles so gelassen, wie es ist, bis auf die eigenen Fahrzeuge, die hab ich ausgeschaltet. So, Gas geben. Max liegt vorne grad. Ja, aber hier ist ne Kurve. Vielen Dank dafür. Ich wurde gleich... Ach, komm, Leute. Ja, das war ich. Wir sind gegeneinander getrashed. Alles gut, ich wurde schon direkt wieder in die richtige Position gebracht. Ja, ich nicht. Hola, da ist ja mit dem Weg. Nice. So, hier muss er jetzt die richtige Linie finden, hat er gesagt. Ich vermute mal, dass es... Nee, in der Innersicht macht es absolut keinen Sinn. Okay, einfach nur hier durchbreddern. Oh Gott. Eliminado, Alter. Aber schön, den Windschatten jetzt hier ausnutzen, oder was? Geht das in die Spirale? Oh Gott. Ja, das geht... Oh Gott. Ey, der rappt mich. Und drückt mich weg. Ja, okay, wir haben ein heftiges Problem hier. Heftiges Problem. Alter. Ja, und er dreht sich richtig rum, oder was? Ja, ist klar. Das fand ich grad richtig frech. Was hat er gemacht? Er hat mich einfach weggedrückt. Du bist doch eh an uns allen vorbeigezogen gerade. Ja, aber trotzdem hat er mich weggedrückt. Und ich hab den Punkt nicht bekommen. Ach, jetzt hab ich ihn bekommen. Oh Gott. Ja, wie Sie alle vorbeigedotzen. Danke, wir haben Probleme zu, Leute. Wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch. Wir kommen hier weg, Alter. Ich kann nicht. Geht weg. Da ist jemand im Weg. Geht weg. Geht weg. Oh mein Gott. Alter, was ist hier los, ey? Das ist so geil. Das war voll das Nadelöhr und wir haben uns da auch richtig verkantet. Mann. Dieses Auto, dieser X-80 Proto verliert so schnell die Traktion. Das ist so ätzend. Traction. Traction, Jummel. Traction. 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 Kurz gerammt hier. Dieses Rumgerammel. Entschuldigung. Er kennt ihr das? Nein. Um Gerangel-Fab, nicht Gerammel. Also, ja, sowohl als auch. So, runter ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man so schnell irgendwo gegenfetzt, dann muss man halt echt aufpassen. Oh Gott. Oh Gott, man wird so dermaßen schnell hier drin, Alter. Nein, ich wusste, dass mir das passiert. Ey, wieso werde ich hier gerammt schon wieder von links, rechts? Die ist einfach alle hier vorbeischaffen wieder, Alter. Mann, ey. Ja, klar, ihr seid doch echt. Mann. Lock hier, Alter. Oh Gott. Okay, ich bin hinten auf Platz 8. Oh nein, fuck, Alter. Sieh mich da schön, ich bin letzter. Nein, der hat mich rausgerammt. Ja, ich bin auch raus. Oh, ich raste aus. Ich bin letzter. Ich bin vorletzter. Fab ist, glaube ich, hinter mir gerade geplaudt. Bist du aus der Begrenzung rausgeflogen? Platz 9. Ja, ich bin raus, ganz rausgeflogen. Ist mir auch passiert. Schade. Ich finde es irgendwie... Dann ist das Rennen so, glaube ich, erst mal gelaufen. Ich muss nicht, diese Lupin muss doch gar nicht fahren. Du bist bescheuert. Stimmt. Wie kommt das denn? Das ist ja... Das ist ein bisschen... Oh Gott, ich habe die Kante erwischt. Scheiße, ihr habt einen fetten Rüberschlag gemacht. Wenn ein paar Leute sind, die das trotzdem machen, warum nicht? Ja. So Style-Bonus. Just for fun. Just for fun. Just for fun, Alter. Das kann man sich erlauben, wenn man vorne fährt als erster. Was erlaubens tuns? Um den anderen noch mal so als reinzudrücken, so nach dem Motto. Also ich bin die Spirale gefragt. Und du nicht. Kannst das wohl nicht? Mega, hau rein, Alter. Da wollte er mich noch drehen, Alter. Alles klar. Schon wieder so eine Spirale, die völlig sinnlos ist. Relax, Alter. Ich glaube, es gibt hier nur eine Runde. Kann das sein? Oder... Ich würde es begrüßen, wenn es zwei Runden geben würde. Ja, ich weiß nicht, was war da eingestellt? Boah, Alter, fiese Nummer. Wer war das? Wer war da, Alter? War da als Standard irgendwas eingestellt? Ja, die haben sich selber gedreht, Alter. Mega nice, selber schuld, Alter. Mann! Hier ist ein Punkt einfach richtig scheiße gesetzt. Was soll sowas? Ganz relaxed. Und wo muss man hier lang? Gerade aus, wenn er nur die Kurve oder so. Der Punkt ist um die Kurve herum. Siehst du ihn? Hast du ihn? Ja, ram mich weg! Wie ist der denn drauf? Le'vion, der hat mich vorhin schon gerammt. Nein! Ach, komm, Alter! Ach, Mist! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch alles scheiße hier. Fert, Alter. Mann! Lass doch wahr, Alter. Ich krass daraus. Jetzt hänge ich hier fest und komme hier nicht weg. Ist doch wahr. Ach, das ist doch... Ach! Ja, willkommen in my world, Alter. Ich bin unter der Map irgendwie. So richtig schlecht. Ja, den Punkt nicht gekriegt. Lass mich da nur. Twist, hier ist er. Twist. Twist and shout. Aber ich habe den Twist bekommen, Alter, an er nicht. Deswegen ciao, Alter. Hä, warte mal. Muss ich jetzt nochmal die Spirale hoch, ja, ne? Was macht ihr denn da, Leute? Was macht ihr denn da? Ich glaube, er hat den Punkt verplant. Style-Tacker hat den Punkt verplant. Nice, ich bin wieder ganz vorne mit dabei, Alter. Ja! Ja! Die haben sich überschlagen. Leute, nicht, dass ich euch das jetzt gönne, aber... Also irgendwie schon. Außerdem hilft mir das immens, einfach jetzt bei Lockys ein bisschen Anschluss zu finden. Irgendeiner ist noch ganz vorne. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich glaube, Rico oder so. So wird es bei Lockys ein bisschen Anschluss finden. Oh Gott! Oh Gott. Das Exist gemacht mit den Sprüchen. So was wird sofort bestraft, ja. Das Karma schlägt sofort zu. Das Karma, Digga. Karma! Oh Gott, jetzt fährt es wieder richtig runter hier. Ich muss da ihren Windschatten irgendwie erwischen. Wie soll ich das denn machen? Schindwarten! Oh Gott. Okay, nice. Nice, Locky. Nice, ich habe sie rausgehämmert. Ja, Digga, das ist geil, Alter. Ich habe Locky einfach rausgehämmert aus der ganzen Map, Alter. Sorry, Locky, aber das muss so sein. Das hat mir jetzt gerade Genugtuung verschafft. Selbst wenn ich jetzt verlieren würde, der Letzte wäre es mir egal. Ich habe wenigstens irgendwas gemacht in diesem Race. Wer ist denn der Erste da? Was muss ich interessieren? So, ich bin auf Platz 7, oh mein Gott. Ich bin Platz 2 und ich sehe leider den Ersten nicht mehr, das ist so dermaßen weit anscheinend. Schade. Aber dann gönne ich dir mal, dass du so weit vorne bist. Ja, das macht noch Spaß. Also die Strecke gefällt mir wahnsinnig gut. Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach nur eine einzige Spirale. Ja, ich dachte, das ist eine einzige Spirale. Aber das nice ist die Unterteilung. Aber wenn man nicht solche Mitfahrer hätte, die einen dann einfach rauskicken. Diese Massenkarabular hat mir gut gefallen für ihn da. Ja, die war lustig. Ja, die war geheimnis. Aber diese Stelle hasse ich hier, dieses Knappe. Ich schieß schon, ich schieß schon, und schneiss es dich. Die unendliche Spirale. Okay, also derjenige vor mich, ich glaube, Vico ist das, wird auf jeden Fall das Rennen als erstes für sich entscheiden. Nee, der Eliminator. Vielleicht, wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch und kann einen Platz gut machen. Und er ist im Ziel. Hat er es geschafft, er wartet jetzt, nicht im Ernst. Und jetzt fährt er rein. Jetzt fährt er rein. Ja! Das war eine knappe Nummer. Das hat mir gut gefallen. Das hat mich richtig gecatcht gerade irgendwie so. Weiß ich nicht. Das war auch ein Rennen, was man gut fahren konnte, auch wenn man jetzt nicht der absolute Master ist. Warum setzt man da den Punkt? Wir gucken mal Fett dazu. Das ist überhaupt nicht die kürzeste Strecke. Ich glaube, Fett ist jetzt gleich ein Ziel. Ja, nee, mal gucken. Ich weiß nicht. Ja doch, danach bis zum Ziel. Okay. Hier wollte ich das letzte Mal so schlau sein an der Seite vorbei fahren, mir den Sprung schenken und war unter der Strecke. Aber du kriegst dann trotzdem die Punkte. Also du kannst trotzdem die Punkte abfahren. Okay, das geht ja gut. Es war aber trotzdem ein bisschen strange. Ich musste einmal irgendwie... Kleine Hacker bist du? Kleine Hacker und ein bisschen Cheater, ne? Ja, nee, es war einfach nur Scheiße, weil ich auch trotzdem da drunter dumm gefahren bin. Aber es war trotzdem nice. Die Strecke gefällt mir. Ja, nee, weißt du, so nicht, ja. Ich bin ziemlich weit hinten und so. Das finde ich nicht witzig. Hast du auch wieder recht. Hab mir gut gefallen, Alter. Richtig gut. Richtig so nicht. Die Aufnahme bringen wir nicht. Das war mein Anwälten, weißt du. Alter, 12.000, wie viel hast du bekommen? 3.170. Okay. Was hat er für einen Move? Hat er überhaupt einen Move? Dafür... Macht er gar keinen Move. Für so wenig Geld habe ich jetzt aufgenommen, oder was? Oder was? Oder was? Und 500 Dollar werden wir noch abgezogen. Wenn euch das gefallen hat, dann müsst ihr uns sehr gerne auch natürlich einen Daumen nach oben geben, so wie wir dem Rennen einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr selber ein Race gebaut habt, postet das mit dem Link in die Kommentare, bitte. Weil es bringt nichts, wenn ihr deine Namen anschreibt. Ich finde das sehr oft nicht. Fab würde sich sehr darüber freuen, wenn ihr noch Races baut, wo die Punkte extrem nah aneinander sind, dass man die eigentlich nicht abfahren kann. Da freut er sich immer sehr drüber. Ja, das ist richtig. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020